Hallo und herzlich Willkommen zu einem weiteren Video des Wiener Bildungsservers. Heute eine Kurzbeschreibung und zwar Geschichte, Erklärung und Problematik des Male Gaze. Ursprünglich stammt der Begriff Male Gaze aus dem Bereich des Film und Fernsehen. Laura Mulvey, eine Filmtheoretikerin und Filmmacherin, hat das Phänomen 1975 erstmals benannt und beschrieben. Übersetzt bedeutet es der männliche Blick. Früher noch mehr als heute war es nämlich so, dass Frauen in Filmen wenig bis keine eigene Persönlichkeit präsentieren durften. Sie wurden als Objekte, als Beiwerk inszeniert und das immer mit dem Fokus, wie es Männer, zumeist weiße heterosexuelle Männer, anspricht. Dies geschieht aus drei unterschiedlichen Perspektiven. Der der Hauptfigur, aus der des Zusehers und aus der Perspektive der Kamera. In vielen populären Filmen, in denen der Male Gaze vorkommt, wird die Darstellerin als Ergänzung für die männliche Hauptfigur eingeschrieben. Sie wird auf ihren Körper und den Zweck, den sie für den Mann hat, reduziert. Von ihrer eigenen Geschichte und ihrem Charakter erfahren ZuseherInnen wenig. Für die männlichen Zuseher wird die Frau ebenso inszeniert, meist als besonders begehrenswert und sexy, aber auf jeden Fall passiv im Vergleich zum Hauptdarsteller. Der Kamera bzw. dem zumeist Mann dahinter obliegt es, diese beiden Blickwinkel zu transportieren. Dies erfolgt zum Beispiel mit einem Kameraschwenk, der zuerst über den gesamten Körper streift und erst zum Schluss das Gesicht der Darstellerin einfängt. In dieser Art der Darstellung gibt es sehr wenig Identifikationsmöglichkeiten. Menschen können die passive Rolle der Nebendarstellerin einnehmen oder sich mit der männlichen, aktiven Rolle identifizieren. Junge Personen können sich gezwungen fühlen, einem der Bilder zu entsprechen. Diverse Vorbilder und unterschiedliche Charaktereigenschaften fehlen. Und wie ist das jetzt mit dem Female Gaze? Wollen Menschen, die sich solch einen wünschen, dann die männliche Objektifizierung? Nein, es geht beim Female Gaze viel mehr darum, DarstellerInnen mit all ihren Facetten und als eigenständige Persönlichkeiten zu präsentieren. Sie sollen nicht zwingend Begehren von männlicher Seite auslösen, sondern in ihrer Individualität und Gesamtheit dargestellt werden. Um das Erlebnis Film, Fernsehen, Streaming und auch Gaming für alle gleichermaßen ansprechend und passend zu gestalten, ist es notwendig, in allen Bereichen möglichst diverse Menschen mit einzubeziehen, an allen Ecken der Produktionen. Wenn Menschen mit unterschiedlichen Lebensgeschichten und Erfahrungswelten Geschichten schreiben, Regie führen, filmen, programmieren und Schauspielern, bringt dies für die ZuseherInnen die Chance viel mehr kennenzulernen als einen einseitigen Blick aus drei Richtungen. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020